und ich finde es einfach faszinierend weil man ja nicht wirklich erklären kann wie es kommt und das ist einfach so ein moment wo man jetzt sagen man mit einem was man sich nicht erklären kann in der heutigen zeit wo man alles erklären muss wo man mit an die grenzen kommt mit dem erklärmodell von heutigen zeit und das finde ich spannend und 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 Vielen Dank.